Allochen und herzlich willkommen zurück bei Metroid Zero Mission im letzten Part haben wir Ridley besiegt Jo und jetzt gehen wir weiter aber da oben gab es noch einen Missile Tank den hätte ich schon aber da komme ich von hier unten definitiv nicht dran und nochmal da hochlaufen habe ich keine Lust angehen als zurück verlassen dieses Gebiet wieder ah ja, sind wir wieder hier und können Richtung, oh wie heißt das ein Prinz da ganz oben ist doch nicht, nein muss nach oben hier geht es weiter dann gehen wir nach Prinz da wieder ah, ich wusste es doch geh doch mal kurz zu sterben komm du mal hier kurz raus zu einem Tier das war zu tief genau, vielen Dank denn hier gibt es noch einen Missile Tank wenn er schon so auf dem Weg liegt, dann nehmen wir ihn auch mit oh, du Mistviech oh, du Mistviech oh, du Mistviech das gab es da oben noch ah egal Ridley war man jetzt überall, ja außer da, da war ich zu blöd aber ich glaube da gibt es auch nur normalen Missiles nach oben weiter ah, wir können hier nach rechts jetzt was haben wir denn hier noch schönes eine Kapolichoso Statue yo, da brauchen wir uns Crew Attack die wir definitiv noch nicht besitzen und da kommen wir jetzt hier raus ach, warum ist eigentlich ich glaube hier, da vorne wo ist das so ein Speedbooster jetzt weiß ich auch, wo ich hier den Speedbooster herbekomme aber da unten war noch eine grüne Tür dum 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 egal screw attack hallo, ich habe noch keine screw attack oh, okay, ich habe eine screw attack hey, bin ich schon wieder so weit in dem Spiel, dass ich schon screw attack und alles bekomme hey, krass ah, ah egal habe ich vor dann wird hier noch gar nicht in die grüne Tür hinein ah ja, zu sehen, was es hier noch gibt ja, wir sind imbar das gibt es denn hier schönes ja, aber wir haben zwar ein Various Suit, aber die brodelnde Magma die schadet uns immer noch also verdammt beschissen so, was haben wir denn hier noch? stimmt noch ein Energietank oder so? oh, Supermessels weiß nicht, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, wir brauchen Space Jump dafür oder einen gelungenen Volt Jump nur irgendwie oh, Stopp ähm R ähm hallo muss ich da Start drücken? ne ich möchte die Screw Attack ausschalten, bitte ähm Select ne mit Start ne A nein B komme ich zurück äh R nein ach, keine Ahnung ach, keine Ahnung boah, komm wenn ich schon mal hier bin, möchte ich die jetzt auch aber so blöd mit dem Screw Attack ein Volt Jump zu machen das gibt es doch nicht die muss ich doch ausschalten können normal nein, geht nicht warum nicht genau so wie ich hier nochmal die Beams ausschalten können können müsste aber geht nicht ah, ist doch kacke ja, dann nehmen wir die eben nicht mit ja, dann nehmen wir die eben nicht mit den ganzen Weg jetzt nur gegangen bin den ganzen Weg jetzt nur gegangen bin um festzustellen dass ich die blöden Missals nicht mitnehmen kann weil mir Space Jump fehlt oder einfach das Skill damit ich da dran in Vault Jump schaff nehmt nehmt es wie es wollt aber auf jeden Fall echt so blöd dazu hier wollen wir wieder wo geht es denn hier nach oben da wo muss man denn jetzt hin Richtung Prince da ähm müssen wir hier rechts speichern speichern boah, ich hasse euch danke ach blöd das hat bestimmt super geklappt mit dem Speedbooster hier durch ja, bekrabsch mich tu es Energie bitte Missals und Supermissals danke geht alle sterben ähm 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 nach oben ähm ganz langsam ist das Kriteria aber ich meine dass ich eine meine Brünste und du hast die Kriteria die ich glaube nicht eine Kriteria aber speed boost damit ich hochkomme es wird ganz unten bla bla ganz oben speed boost loben komm ich hier nur nach unten und nicht nach oben es ist doch kacke ich hätte vielleicht da vorne einfach nach links gehen müssen anstatt nach rechts ja dann gehen wir den Weg halt einfach nochmal haben wir ja Zeit wir haben ja sonst nichts zu tun als die Wege tausendmal zu laufen genau jetzt können wir hier lang jetzt müssen wir jetzt sogar ja genau auf den Kampf habe ich gewartet genau hier ist es dann normal das erste mal dass wir unsere ähm Supermissiles bekommen normal weil dieser Kampf findet normal vor Ridley statt ja dem Jagen muss Supermissiles und sein Schwanz los komm boom komm her und noch eine komm oh nein ja mit dem normalen Missiles muss ich nicht so sparen da kann ich einfach drauf halten ja eigentlich ganz einfach der Gegner man setzt sich irgendwo auf dem Boden und wartet bis er vorbeifliegt und dann schießt man ihm einfach Raketen auf den Schwanz ja und irgendwann wurde böse dann trifft er uns aber egal hey könntest du jetzt endlich mal sterben gehen ja danke so genau macht es auf danke das ist normal der erste Raum wo wir aus Supermissiles bekommen ja ich mach jetzt einen kurzen Schnitt und im nächsten Video gehen wir dann wieder nach Brinstar wenn ich den Weg finde also dann ciao so so Untertitelung des ZDF, 2020